Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Februar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Mönchengladbach, Hockstein. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 37 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 530 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017